Lektion 6 Sechste Lektion Wohnungssuche Erster Teil Ich bin von Beruf Wohnungsvermittler. Mein Büro liegt im Zentrum von München. Zu mir kommen viele Kunden. Entweder bieten Sie eine Wohnung an oder Sie suchen eine. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Wohnung vermieten wollen, setze ich eine Anzeige in die Zeitung. Ich lese täglich die Lokalzeitungen. Unter den Wohnungsanzeigen stehen viele Wohnungsangebote, aber noch mehr Wohnungsgesuche. Es freut mich, wenn Mieter und Vermieter zufrieden sind. Zweiter Teil Beim Wohnungsvermittler Guten Morgen. Wir suchen eine Wohnung. Was für eine Wohnung möchten Sie? Ein Haus oder eine Etagenwohnung? Möbliert oder unmöbliert? Ich weiß nicht. Lore, was gefällt dir besser? Auf jeden Fall möbliert. Können Sie uns vielleicht ein paar Adressen geben? Ich habe im Augenblick nur eine Adresse von einer Wohnung in der Stadt und eine von einem Haus auf dem Land. Gut. Dann fahren wir zu den beiden und besichtigen Sie gleich. Ich schreibe Ihnen die Adressen auf einen Zettel. Wenn möglich, sagen Sie mir bald Bescheid. Ja, natürlich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Erste Besichtigung Guten Tag. Frau Riemer, Sie haben eine Wohnung zu vermieten, nicht wahr? Ja. Kommen Sie bitte herein. Ich zeige sie Ihnen. Für wie lange wollen Sie die Wohnung mieten? Für etwa drei Monate. Und ab wann? Ab dem 15. Dezember, wenn möglich. Das passt mir gut. Denn im Dezember fliege ich zu meiner Tochter nach New York. Ich will drei bis vier Monate bei ihr bleiben. Ihre Wohnung hat zwei Zimmer, nicht wahr? Ja. Die Tür rechts führt ins Wohnzimmer. Hinter dem Wohnzimmer liegt das Schlafzimmer. Ist die Küche hier links neben dem Wohnzimmer? Ja. Und gegenüber liegt das Badezimmer mit der Toilette. Wie hoch ist die Miete? 400 Mark im Monat. Zentralheizung und Strom sind natürlich extra. Das ist nicht zu teuer. Die Wohnung gefällt mir wirklich gut. Mir auch. Das freut mich. Wir danken Ihnen herzlich, Frau Riemer. Sie hören morgen von uns. Welche Wohnung? Ah, da seid ihr ja. Ihr kommt spät. Wie war die Wohnungssuche? Teils, teils. Von den zwei Angeboten war das Haus schon weg. Aber die Wohnung von Frau Riemer gefällt uns sehr gut. Die Wohnung ist klein, aber nett möbliert und billig. Renate kann auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. Die Fenster sind groß und die Lage ist ruhig und sonnig. Die Essecke in der Küche hat eine Sitzbank und der Elektroherd ist ganz neu. Das klingt alles sehr hübsch. Nehmt ihr die Wohnung also? Ich glaube, ja. Dritter Teil. Mietgesuch. Geschäftsmann sucht ein Zimmerwohnung, möbliert, mit Bad, Zentralheizung und Telefon. Angebote unter Z1419. Zu vermieten. Doppelzimmer, groß, sonnig, Bahnhofsnähe, Landstraße 10 bei Jäger. Autovermietung. Ich möchte einen Wagen mieten. Ab wann? Ab dem 3. Dezember. Für wie lange? Für einen Monat. Was für einen Wagen möchten Sie? Eine Gloria oder einen Phönix? Ein Phönix gefällt mir besser. Ich möchte einen Wagen noch helfen. Das ist gerolven. kam mir Spaß an, dass er esbrochen� und ryThaus Uhr gibt. Und wenn sie einen Bimmjordl Czyli oder ein Kör stuffed. Ich komme zu unserem Wagen oder bloßen. Dezember tracksHS an.